Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somuncu. Hier ist die blaue Stunde. Es ist Sonntag zwischen irgendwann 16 Uhr und 18 Uhr und selten habe ich einen Gast bei mir gehabt, mit dem ich a, vorher schon so viel gesprochen habe, dass wir Angst haben, dass wir in der Sendung die Hälfte vergessen und b, jetzt schon irgendwie das Gefühl habe, die Zeit ist zu knapp. Irgendwie zwei Stunden, das wird nicht reichen, Dennis. Nein. Dennis Moschito ist bei mir zu Gast. Hallo Dennis. Und Dennis ist, ich muss heute echt aufpassen, dass ich nicht zu schleimig werde. Dennis ist jemand, den ich so intuitiv unheimlich gerne habe. Oh. Weil wir beide, wir haben uns nicht oft gesehen. Wir haben gedreht einmal zusammen, zwei, drei Tage. Wir haben uns in Köln kennengelernt, abends mal mit Thorsten zusammen im Biergarten. Ja. Und danach warst du mal bei mir auf einer Party, das war es aber schon, ne? Vier, fünf Mal haben wir uns gesehen. Irgendwie schon, ja. Und trotzdem habe ich zu dir eine ganz starke Verbindung. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind Freunde. Ja, das Gefühl habe ich auch. Hast du auch? Absolut. Ja, total. Also und wirklich, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, auch von meiner Seite. Ausgibt es dieses Gefühl. Also ich meine, das hat bei mir auch anders angefangen. Also ich meine, ich habe dich natürlich kennengelernt über, ja, über deine Mein-Kampf-Lesungen und war unglaublich begeistert von dem, was du da gemacht hast. Und eine lange Zeit dachte ich, wow, das ist ein Typ, den ich kennenlernen will. Und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Genau, das war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Und heute treten wir diese Liebe ein bisschen mit Füßen, weil wir sie öffentlich zelebrieren. Aber ich werde auch versuchen, kritisch zu sein, okay? Also ich werde versuchen, irgendwas auch mit dir zu streiten oder zu auseinanderzusetzen. Ich erkläre erst mal, wer du bist. Dennis Moschito, du bist 40, ne? Hast du eben gesagt. Für uns beide echt ein großes Problem, wie wir festgestellt haben. Eben im Café, wir saßen gerade vor der Sendung noch im Café, haben wir festgestellt, man macht eigentlich ab einem gewissen Alter alles nur noch, weil man Angst vorm Tod hat. Also man ernährt sich gut, weil man Angst vorm Tod hat. Man geht zum Arzt oder lässt sich massieren oder lernt Sprachen, weil man vielleicht das Gefühl hat, es könnte bald vorbei sein, also mache ich noch was. 40, also mittleren Alters, ich bin 49 älter als du. Abi, wie man so schön sagt auf Türkisch. Du bist sehr exotisch für mich, halb Italiener, halb Türke. Ich finde das immer total strange, wenn jemand halb Türke ist, in komischer Weise, weil für mich gibt es immer nur ganz oder gar nicht. Ja, so in der Türkei ist das auch in meiner Kindheit so gewesen, war die Frage immer unglaublich wichtig. Was bist du? Bist du Türke, bist du Deutscher? Man musste sich immer entscheiden innerlich. Und wenn dann jemand nicht Türke und oder Deutscher ist, sondern Türke und Italiener, dann denkt man erst mal so, hä, was für eine Geschichte steckt dahinter? Was für eine Geschichte steckt dahinter? Ja, eigentlich, ich finde, es ist eigentlich eine relativ unspektakuläre Geschichte. Mein Vater ist als junger Mann mit 18, 19 Jahren oder 17 wahrscheinlich aus Sizilien nach Deutschland gekommen und hat meine Mutter bei der Arbeit kennengelernt. Und die haben sich in einer verliebt und haben dann zwei Kinder bekommen. Zwei Gastarbeiter in Deutschland. Genau, ja. Und im Grunde genommen, ich meine, Italiener und Türken, das waren die größten Gruppen. Ich finde es wirklich seltsam, dass es da nicht mehr von gibt. Also ich habe ganz wenig Leute getroffen, die dieselbe Mischung sind. Stimmt. Deshalb ist es für mich wahrscheinlich auch so ungewöhnlich. Aber letzten Endes muss man sagen, die, also gerade Sizilianer und Ostanatolen. Haben sie gemeinsam. Ja. Das hat, also meine Eltern waren sich in vielen Dingen sehr einig, muss man sagen, ja. Reden wir, wie gesagt, ich habe jetzt schon das Gefühl, ich muss mich beeilen. Nee, zwei Stunden, du wirst sehen, das ist wie zwei Minuten. Nein, nein, ich meine ja. Wir müssen eine Reihe draus machen. Fuck, ich muss mich voll beeilen innerlich, denke ich die ganze Zeit, das muss ich ihn auch noch fragen. Aber lass uns mal irgendwie erstmal den Rahmen abstecken. Ja. Also du bist Türkisch-Italiener, geiles Wort, Türkisch-Italiener. Du bist Schauspieler, einer, finde ich, der aufregendsten, spannendsten, ehrlichsten Schauspieler, die ich kenne. Danke. Ich bewundere dich und deine Arbeit sehr. Du bist in vielen Filmen, die ich in den letzten Monaten, in den letzten Wochen gesehen habe, plötzlich da. Und ich denke, ach, da ist er schon wieder. Ich bin unheimlich stolz, wenn ich dich sehe. Es ist wirklich, so wie ich es dir eben erzählt habe. Und ich sitze dann da und denke, ja, das ist ein Ding. Und trotzdem, glaube ich, ist das nicht eine Entwicklung, die abzusehen war. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, warst du auch mal in der Phase, wo es schwieriger war und wo du sehr fleißig und ausdauernd und auch mit dir sehr geduldig sein musstest. Und jetzt bist du irgendwie nicht auf dem Zenit, aber ich habe das Gefühl, du bist jetzt irgendwo angekommen, wo es sich ganz gut aufhalten lässt. Ja, also ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, dass sich meine Situation nicht großartig verändert hat. Aber, also ich meine natürlich jetzt mit dem Erfolg von Außerdem Nichts und so, das hat man jetzt in der Branche schon wahrgenommen. Aber ich habe immer das Gefühl, gut, das kann jetzt irgendwie das letzte Projekt gewesen sein. Das ist bei uns Schauspielern, glaube ich, immer so, oder? Ja, ja, das mag sein. Ich glaube, Lars Eidinger hat das mal gesagt, dass das Schlimme am Schauspielberuf ist, dass man immer denkt, es könne sofort vorbei sein. Ja, aber das ist halt Lars Eidinger, ne? Lars Eidinger, genau. Der denkt sowieso immer, es könne sofort vorbei sein. Aber was ich schön fand, ist, dass er gesagt hat, oh, Licht an, ist, dass man als Schauspieler auch immer das Gefühl hat, dass nichts da gewesen ist vorher. Also man kann sich nicht auf etwas berufen und sich damit beruhigen, dass man sagt, ey, ich habe so eine lange Liste von Dingen, die ich gemacht habe. Sondern das letzte Projekt ist sofort vergessen und das nächste steht in den Sternen. Ja, und es kommt halt eben noch dieser ganze Migrantenblödsinn dazu. Also es ist für Schauspieler mit Migrationshintergrund, was auch immer das sein mag, natürlich schwerer. Bist du ein Schauspieler mit Migrationshintergrund? Ich werde so gesehen. Also ich bin Deutscher am Ende. Das wollen einige nicht wahrhaben, aber du bist Deutscher, glaube ich auch. Lass mal so ein bisschen posen gerade. Also aus dem Nichts bist du gerade die fette, fette, fette Hauptrolle. Du spielst den Anwalt. Ich spiele Diane Krüger, ja. In einem Film, ja, ich sage es mal jetzt ehrlich, den ich eher schwach bis schlecht fand. Sehr klischeehaft alles, sehr schemenhaft dargestellt, aber erfolgreich. Ich finde den super. Du findest den super, das weiß ich. Ihr habt den Golden Globe gewonnen, was ein Meilenstein in der deutschen Filmgeschichte ist. Ich habe dich gesehen im Film von Josef Hader, Die wilde Maus. Du hast Kebab Connection, glaube ich, gemacht. Was hast du noch? Almanja hast du gespielt. Ja, Chico ist auch einer der bekannteren Filme, die ich gemacht habe. Ist das der, wo ich das Showreel gesehen habe, wo du auf der Toilette den Typen abstichst? Oder der dich? Ja, ja, genau, das ist das. Krasse Szene. Das ist wirklich eine Szene, auf die ich, ich glaube, ich bin stolz auf die Szene. Ja, ich will, also in meinem inneren Plan heute ist, mit dir zu sprechen über dieses Türkisch-Ding. Ich will mit dir sprechen auf jeden Fall über die Philosophie des Schauspiels. Oh ja, gerne. Also was ist der innere Prozess, den ein Schauspieler mit sich eingehen muss. Und eben, lass uns einfach auch ein bisschen offen bleiben, das, was auf uns zukommt. Weil es gibt viel, was wir besprechen können. Wir haben eben zum Beispiel über unsere gemeinsame Leidenschaft gesprochen, nämlich das Sprachenlernen. Genau. Darüber, dass du viel, viel besser Japanisch sprichst als ich, weil du schon seit längerer Zeit als ich auch freiwillig und alleine Japanisch lernst. Genau, das können wir ja gleich austesten. Genau, jetzt haben wir schon die erste Musik, wir haben immer Takes von, was weiß ich, wie viel, acht, acht und ein halb Minuten, dann kommt die Musik. Du hast mir keine Musikliste geschrieben. Genau, auch darüber können wir reden, wenn du willst. Und ich habe jetzt neuerdings mir angewöhnt, die Musikliste dann für meine Gäste zu erfinden. Ach, das ist so viel besser. So antizipieren, was könnte der gut finden. Da bin ich sehr gespannt. Ich würde Wu-Tan-Clan mal als erstes vorschlagen. Ist das okay? Ja, es ist okay. Aber ich wäre nicht drauf gekommen. Du wärst nicht drauf gekommen. Da ich Wu-Tan-Clan irgendwie gar nicht kenne, nur den Namen eben japanisch wahrscheinlich. Ich kenne es auch nicht. Du kennst es. Ich glaube, Pharrell Williams ist dabei. Oh, okay. Bestellen wir uns jetzt in der Redaktion einen Titel von Wu-Tan-Clan. Mit mir im Studio ist Dennis Moschito. Dennis Moschito oder Moschito? Moschito. Moschito wäre es italienisch, aber es ist eingedeutscht, wie dein Name eingedeutscht ist. Dennis Moschito und Serdar Somuncu. Genau. Und wir sprechen nach der ersten Musik noch über viele, viele andere Dinge. Hier in der Blauen Stunde. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Heute bei mir in der Blauen Stunde ist zu Gast Dennis Moschito. Wir sprechen, ja, wir werden sehen, worüber. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit der Vita. Nicht zu lange, ich mag das gar nicht, Biografien abzuarbeiten. Dein Vater ist Sizilianer. Genau. Deine Mutter ist Türkin. Ja. Woher kommt deine Mutter aus der Türkei? Aus Sadekamisch. Das ist bei Kars. Ich meine, dir muss ich nicht sagen, du kennst wahrscheinlich jeden Flecken der Türkei. Nein, nein, nein. Sadekamisch kenne ich nicht. Ja, bei Kars. Bei Kars. Kars ist ganz im Osten der Türkei. Das ist an der armenischen Grenze, glaube ich sogar. Genau. Türkisch kannst du nicht? Nein, ich verstehe es ganz okay. Ich kann irgendwie mir einen Döner bestellen auf Türkisch, aber nee, es ist eigentlich sehr schlecht. Wie ist deine Identität, wenn du in die Türkei fährst? Schämst du dich manchmal? Wofür? Dafür, dass du kein Türkisch kannst? Wärst du gerne ein echter Türke? Nein, nein. Also ich würde gerne Türkisch sprechen können. Dafür schäme ich mich schon. Ich schäme mich dafür, dass ich, also für jede Sprache, die ich nicht spreche, schäme ich mich. Aber nee, ich empfinde mich nicht als Türke. Ich habe eine Nähe zur Türkei. Ich, es klingt so, ich liebe die Türkei vielleicht sogar. Die jetzige Türkei? Nein, nein, aber es gibt so viel Schönes. Es gibt so viel, was am Türkischsein schön ist. Was denn zum Beispiel? Ach, ich, dieses Durcheinander, Istanbul, dieser Irrsinn. Mir wird warm ums Herz, wenn ich Frauen mit Kopftuch sehe, muss ich gleich sagen. Alter Musel, Mann. Echt? Das erinnert mich halt irgendwie an, also meine Mutter hat kein Kopftuch getragen, aber ihre Freundin. Und das erinnert mich einfach an all die Tanten, die ich hatte. Und ich habe, also das Frauenbild, das ich habe, das türkische Frauenbild, ist eigentlich eher so, Frauen haben die Hosen an. Das sind so, das sind starke Persönlichkeiten. Und ich verbinde mit dem Kopftuch eigentlich eher. Was Heimliches. Ja. Wie oft warst du in der Türkei? Nicht so häufig. Wirklich, ich kann das an einer Hand abzählen. Und dann verständigst du dich in welcher Sprache? Sicherlich nicht auf Türkisch. Das Türkisch so 10%, 20%? 10% Ich habe die Türkei konzentrieren, aber du verstehst es vom Klang her. Ja, ich weiß, wo Sätze anfangen und aufhören. Komisch, weil es die Muttersprache ist und eigentlich doch deine Mutter als Kind mit dir türkisch gesprochen hat. Sie hat türkisch mit mir geschimpft. Ja, genau. Ja, und ich meine, was ja, wie sowas ist, ne? Also mit, also das geht ja ordentlich zur Sache, ne? Ja. Mit, ich scheiße dir in den Mund und was weiß ich, da sind... Ah, so das Schienchen. Ja, ganz genau. Okay, das kennst du, das verstehst du. Sowas habe ich von meiner Mutter gehört. Peace. Echole, schick. Absolut, ja. Das ist die ganze Palette. Ich weiß gar nicht, also meine Eltern haben Deutsch mit mir gesprochen oder zumindest das, was meine Eltern für Deutsch gehalten haben. Die haben dann so ein Gastarbeiter Deutsch gesprochen und ich weiß bis heute nicht warum. Also bei meiner Mutter kann ich es wirklich nicht verstehen, warum sie kein Türkisch mit meiner Schwester und mir gesprochen hat. Bei meinem Vater ahn ich, ich meine, der hat sowieso wenig mit uns gesprochen. Der war halt, der hat gearbeitet und Nachtschicht und hat dann tagsüber geschlafen und wenig Zeit mit uns verbracht. Aber bei meiner Mutter verstehe ich es wirklich nicht. Ist Türkisch die Sprache deiner Sehnsucht? Ist das deine emotionale Sprache? Nein, nein. Was ist deine emotionale Sprache, wenn es überhaupt eine gibt? Japanisch. Repräsentiert die dich und deine Emotionalität? Es gibt sehr viel an der japanischen Haltung anderen Menschen gegenüber, mit dem ich sehr gut klarkomme. Also auf der anderen Seite finde ich das auch problematisch, aber ich finde den Umgang untereinander in Japan wirklich sehr entspannend. Wenn man sich eine Zeit lang mit Japanern unterhält, das ist so druckfrei und stressfrei. Obwohl man das Gegenteil denkt. Ich glaube, wenn man dann da lebt und dem dann tagtäglich ausgeliefert ist, dann wird das sehr druckvoll, glaube ich, und sehr problematisch. Ist das Befreiende dann, dass es klarere Regeln gibt? Ich glaube, dass man einfach freundlicher ist. Freundlicher ist, höflicher. Und ich meine, wenn man in Japan in ein Geschäft geht und dann verbeugt sich jemand und begrüßt einen lächelnd, dann weiß ich, ja, okay, das ist einfach Etikette und das ist gespielt. Aber wenn man den ganzen Tag über freundlich behandelt wird, dann geht es einem besser. Das wirkt ab einem gewissen Punkt. Das italienische, das sizilianische steht dem türkischen erstmal ein Temperament in nichts nach. Wie empfindest du dich da? Du warst schon oft auf Sizilien, schätze ich. Genau, in Italien sehr häufig. Passender als in der Türkei? Unpassender? Ähnlich unpassend, passend? Ach, ich glaube, ich habe mich immer überall unpassend gefühlt, was ich nicht als problematisch empfunden habe. Aber nein, also ich habe, dazu muss man sagen, dass der türkische Teil meiner Familie mich immer sehr viel mehr mit offenen Armen empfangen hat als der italienische. Die Italiener waren immer so, ja, du weißt ja, wie Italiener sind so und, also ich habe immer sehr das Gefühl bekommen, ich gehöre nicht dazu. Dadurch, dass ich die Sprache nicht wirklich sprechen konnte. Aber Italienisch kannst du mehr als Türkisch? Italienisch spreche ich mehr, ja. Ich habe mich irgendwann da nochmal bemüht und habe dann nochmal Unterricht genommen und habe dann nochmal angefangen, das wie eine Fremdsprache zu lernen. Okay, okay, lassen wir es jetzt nicht drauf ankommen. Ich kann auch nicht so. Ja, okay. Doch, ich kann es, aber es ist ein bisschen angeblich, wenn wir jetzt beide hier alle Sprachen durcharbeiten, die wir können. Wir sind Sprachfreaks, lassen wir es jetzt nicht. Diese emotionale Ambivalenz, ich will jetzt gar nicht Zerrissenheit so mitleidsvoll sagen, ist die eine Bereicherung für dich? Sehr, ja, auf jeden Fall. Ich empfinde das überhaupt nicht als schwierig. Also, nein, ich finde es toll, dass ich diesen Bezug zur Türkei habe, dass ich den Bezug zu Italien habe, aber ich habe mich nie irgendwie an der Seite mehr zugehörig gefühlt als an der anderen, so generell, so in nichts. Du hast auch nicht den Entscheidungsdruck gehabt? Ähm, nee, eigentlich nicht. Ich kenne das anders. Also, bei mir war das so, dass ich schon immer in der Türkei gefragt wurde, bist du Deutscher, bist du Türke? Ich wurde auch aufgezogen damit, dass ich eher Deutscher war und in Deutschland war ich immer Türke und durfte selten Deutscher sein. Ja, das ist wirklich komisch, weil ich sehe dich so sehr als Deutschen. Also, du weißt, wie das gemeint ist. Ja, klar, das ist ja auch keine Beleidigung. Ich sehe mich zum Beispiel auch nicht als Deutschen. Ja, also ich meine, ich meine, ach, was ist das schon? Was ist das? Ich sehe mich nämlich als gar keine Nationalität eigentlich. Okay, siehste, da sind wir uns einig, so. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn irgendwie, wenn du so Morddrohungen von irgendwelchen Nazis bekommst, was du mit Sicherheit auch heute noch bekommen wirst, dass sie doch irgendwie erkennen müssen, dass du Deutscher bist. Dass sie denken so, ah, das ist ein politischer Feind, aber der ist doch Deutscher als wir, so. Ich meine, du, oder? Ich glaube, das kommt auf die Definition des Deutschseins an. Deutsch an sich ist ja keine Nationalität, das ist ja nur eine Sprache und eine Kultur. Daran würde ich das festmachen. Ja, und wenn du dich dieser Kultur und dieser Sprache nahe fühlst, und das tue ich, manchmal mehr, manchmal weniger, dann würdest du vielleicht sagen können, dass du Deutscher bist. Aber ich bin ganz oft auch ein Hund oder eine Katze. Und ich bin manchmal auch gar nichts, das muss keine nationale Form haben. Das kann auch ein Umriss einer Emotion sein. Aber das ist in der Tat so, für die anderen spielt das viel mehr eine Rolle als für mich. Und das ist bei dir ähnlich. Ja, ja. Also ich, ich bin, ich bin, ich werde da schnell emotional, auch was, auch was das Deutschsein angeht. Es gibt manchmal, manchmal lese ich Schopenhauer, Bach und denke dann, oh mein Gott, so. Es gibt so viel Schönes am Deutschen. Und ich, bei mir hängt es sehr an der Sprache. Wollen wir gleich nach der nächsten Musik über Deutschsein sprechen? Das finde ich cool. Boah, das ist schon der zweite Take, Alter. Das geht so fucking schnell. Lass uns was Deutsches hören. Und da du gerade Schopenhauer und so die intellektuelle Schiene angesprochen hast, wollen wir was von Dietrich Fischer-Diesgau hören? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber mit Schopenhauer-Posen. Dietrich Fischer-Diesgau ist ein Sänger und der hat eine wunderbare, sehr bekannte Interpretation von Schubert-Liedern gemacht. Und davon hören wir jetzt eins und zwar das berühmteste oder wir lassen eins aussuchen. Dietrich Fischer-Diesgau mit mir zusammen, zwei deutsche Jungs im Studio, ein besonders deutscher, ein emotional leidenschaftlich deutscher, Dennis Moschito, hier am Sonntag zwischen 16 und 18 Uhr in der Blauen Stunde. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. In der Blauen Stunde heute bei mir ist Dennis Moschito. Ich würde jetzt mal sagen, auf dem Wege dahin, ein guter bis bester Freund zu werden. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute treffen. Wir haben das eigentlich hier zum Anlass genommen, um uns zu treffen. Eigentlich schon. Und ich finde auch, wir unterhalten uns. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir uns für etwas unterhalten, sondern wir unterhalten uns vor allen Dingen miteinander. Das finde ich sehr schön. Eben haben wir über das Deutschsein gesprochen und du hast gesagt, ich werde schnell emotional. Du wirst sowieso, das ist mir aufgefallen, oft emotional. Das finde ich ist auch eine Qualität in deinem Spiel. Über das würde ich gerne auch nachher noch mit dir sprechen. Dieser Eingang in dich, dieses Tiefe. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Bogen und ich hoffe, das ist nicht zu tief. Hat der etwas mit deinem Leben, mit deinem Schicksal zu tun? Du hast eben in der Vergangenheit über deine Eltern gesprochen. Die sind relativ früh gestorben. Ja, also etwas heißt relativ früh. Die sind beide so um die 70 geworden. Und das liegt, das ist jetzt noch nicht so lange her. Also mein Vater ist jetzt seit, ist vor drei Jahren gestorben und meine Mutter vor fünf, sechs Jahren. Können wir darüber reden oder ist das unangenehm? Ich erinnere mich nämlich an eine Situation mit dir, die mich unheimlich bewegt hat. Da haben wir beide geweint. Da hast du mit einer fast erschreckenden Nüchterheit mir erzählt, wie die letzten Tage, Wochen mit deiner Mutter abgelaufen sind. Wir hatten gerade einen Drehtag. Wir sind essen gegangen bei irgendeinem Chinesen in Berlin. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war so, weil das, was du da erzählt hast, von einer großen Kraft irgendwie gezeugt hat, auch das zu verarbeiten und verarbeitet zu haben, wenn überhaupt. Man muss es nicht verarbeitet haben. Und es hat zugleich eine unheimliche Anziehungskraft, Energie gehabt, emotional. Wie war das? Also erzähl es jetzt nicht in Gänze. Das muss die Leute nicht interessieren. Aber was ist da passiert? Deine Mutter ist gestorben und du hast sie begleitet, einfach die letzten Wochen. Ja, also meine Mutter ist relativ überraschend verstorben. Meine Mutter ist auch, also bei ihr hat auch so langsam eine Demenz begonnen. Und das hat sie sehr mitgenommen. Die hat das gespürt, dass sie halt irgendwie ihren Verstand verliert. Und das war sehr hart, das mitzubekommen. Und dann ist sie sehr überraschend einfach über Nacht. Also die hatte Wasser in der Lunge, musste ins Krankenhaus und dann ging es ihr eigentlich gut. Und dann hat sie nachts einen Hustenanfall bekommen und dann ist sie an Herzversagen gestorben. Was war die Todesursache Herzversagen? Aber sie hatte nicht Krebs oder sowas? Nein, nein. Sie hatte, nee, genau. Sie hatte ein schwaches Herz, hatte sie. Also auch ihr Leben lang Raucherin gewesen, leidenschaftliche. Und dann kam das eine zum anderen. Und das war ziemlich kurz, bevor wir uns da gesehen haben. Genau, ja. Und ich glaube, das Schwierige daran war einfach, dass dadurch, also mein Vater oder meine Eltern haben sehr früh irgendwie die ganze Verantwortung über Leben an mich abgegeben. Ich musste sehr viel organisieren und dann halt eben auch das. Es kam dann halt einfach nachts der Anruf aus dem Krankenhaus und die haben mich dann halt angerufen und ich musste das dann halt meinem Vater sagen. Und das ist nach wie vor eines, ja, wirklich einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, das einfach einem Menschen zu sagen, der irgendwie sein ganzes Leben mit einer anderen Person zusammen war und mit seiner Frau zusammen war. Und ich bin dann halt nachts dahin, hab da geklopft und mein Vater wusste dann schon irgendwie was los ist. Das spürt man ja. Ja, ja. Und das war wirklich schrecklich zu sehen. Warum war dein Vater nicht auch informiert? Lebten deine Eltern getrennt? Nein, nein. Also meine Eltern waren so ein bisschen unfähig, glaube ich. Also mein Vater wollte, hat dann irgendwann einfach das Gefühl gehabt, ja, mein Sohn macht das. Wie das oft auch bei Türken ist, glaube ich. Dass die Eltern irgendwann sagen, ja, der Sohn, der kann sich ja kümmern und das haben meine Eltern auch gemacht. Genau. Und bei meinem Vater, der kurze Zeit später, der hat dann noch zwei Jahre gehabt, an Krebs verstorben ist, da war es dann irgendwann so, dass ich ihn mehr oder weniger pflegen musste. Also es wurde zunehmend schwerer für ihn, so den Haushalt zu regeln und das habe ich dann für ihn gemacht. Und dann in den letzten Wochen habe ich ihn dann tatsächlich aufs Klo tragen müssen und so. Und ich muss sagen, dass der Tod meiner Eltern mich sehr erschreckt hat. Das hat mich überrascht. Warum? Das Leben prügelt plötzlich mit so einer Grausamkeit auf einen ein. Und man kann, also ich meine, im besten Fall passiert das jedem. Also im besten Fall stirbt man nach den Eltern. Und das ist etwas, das jeder erleben muss. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so, es ist gruselig, das ist das. Es ist einfach schrecklich. Und da im Krankenhaus zu sein und auch wie sich Leute verhalten, wenn Menschen sterben, das ist ganz seltsam. Auch so Ärzte arbeiten wie verrückt und wenn sie nichts mehr tun können, sind die alle unfähig. Die sind auch unfähig, irgendwie emotional zu sein und einem irgendwie was zu sagen. Dann rennen die da rum und sind wie so, ja, also ich meine, man erlebt ja alles. Also es gibt Leute, die sehr gut damit umgehen können, aber es ist einfach schrecklich. Ich kann das nicht anders sagen. Es ist wirklich einfach fürchterlich, sowas miterleben zu müssen. Was ist denn das Positive, was du daraus ziehen kannst? Gibt es überhaupt was? Gibt es irgendeine Energie, die übrig geblieben ist, die dir Kraft gibt? Ja, also was ich wirklich, was ich wirklich ganz wundervoll fand, war, also erst mal das, also zu sehen, wie viele Leute um einen herum dann plötzlich da sind. So, das war wirklich schön. Also Herdenwärme, die dann entsteht. Wie bei Elefanten, da stirbt einer und alle stellen sich im Kreis oder um den einen herum auf. Ja, und halt, also tatsächlich, meine Freundin war einfach, die war einfach so ein Fels in der Brandung in dieser Zeit. Und das ist etwas, wo ich einfach gemerkt habe, okay, das werde ich ja niemals vergessen. Ich habe mit meiner Schwester immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich bin mit der groß geworden und wir haben uns sehr gemocht als Kinder. Und dann ist sie irgendwann nach München gezogen und wir haben uns mehr oder weniger aus den Augen verloren oder wir sehen uns dann in unregelmäßigen Abständen. Und als mein Vater dann starb und wir das Haus irgendwie auflösen mussten, war meine Schwester dann einfach für ein paar Wochen in Köln. Und wir hatten eine sehr schöne Zeit zusammen. Also sowas. Man merkt, Familie rückt dann näher und man lernt Menschen neu kennen. Und das war wirklich sehr schön. Ich will dich jetzt gar nicht irgendwie festnageln auf den Trauerkloß, sondern ich glaube, du bist auch ein crazy Motherfucker. Da kommen wir auch hoffentlich noch zu. Aber ich habe das Gefühl, es gibt ja etwas Transzendentes im Schauspiel, was sich immer überträgt auf den Betrachter. Und diese Transzendenz, also diese Betragung zwischen mir und dir, die findet dann am meisten statt, wenn man Berührungspunkte hat. Wenn aber auch spürbar wird, dass derjenige, der das, was er da darstellt, irgendein Anliegen, kein ambitioniertes Anliegen hat, wie etwas vermitteln zu wollen, sondern eine Erfahrung, ein Schmerz. Manche nennen es Blues. Also irgendetwas hat, was er in das hineinpackt, was er da gerade darstellt. Und das habe ich bei dir ganz oft. Und deswegen ist das, was ich mit der Qualität deines Schauspiels meine, auch keine darstellerische Qualität. Du bist für mich kein Clown, der irgendwie sich ein Kostüm anzieht und dann Leute zum Lachen bringt oder ein Vampir, der Leuten Angst macht. Sondern du bist jemand, der ganz nah bei sich ist und das, was er in sich hat, sehr behende und geschickt nach außen zeigen kann, ohne dass er dabei nackt ist. Das, finde ich, ist sehr beeindruckend. Und ich würde da gerne gleich mit dir noch ein bisschen drüber sprechen. Wir wollten ja auch noch über das Deutschsein sprechen. Die Frage, die ich dir vielleicht vor der Musik stelle, ist, ob deine Verarbeitung des Todes eher eine deutsche Verarbeitung oder eine türkisch-sizilianische ist. Aber vielleicht hören wir bisher... Darüber bitte nachdenken. Denk da bitte drüber nach. Und wir hören noch ein bisschen Musik. Jetzt muss ich mal überlegen, was könntest du für Popmusik hören? Ganz schwer. Ja, du bist wahrscheinlich eher so ein bisschen 80er, 90er-lastig. Ja, könnte sein. Wollen wir es Susanne Vega probieren? Oh Gott. Die findest du ganz schlimm, oder? Finde ich fürchterlich, aber die ist passend wahrscheinlich. Ich weiß nicht, warum. My name is Luca. I live on the second floor. Ist das zu kitschig? Nee, aber wollen wir das singen? Nein, nein, wir hören es. Wir hören Susanne Vega in der Blauen Stunde mit Dennis Moschito zusammen. Hier bei mir im Studio zwischen 16 und 18 Uhr. Radio 1 Die Blaue Stunde Mit Serdar Somuncu In der Blauen Stunde bei mir heute Dennis Moschito, Schauspieler und ein sehr, sehr lieber Gast. Wir haben, ja, wir wollen das jetzt gar nicht nochmal alles aufzählen, gesagt, was du alles gespielt hast, irre viel Zeugs. Man sieht dich in fast jedem Film mittlerweile, wenn es eine Interessensgleichheit gibt. Wir haben eben aber über etwas Trauriges gesprochen, nämlich über deine Erfahrung mit dem Tod, über den Tod deiner Eltern und das Zusammenrücken mit deiner Schwester. Die Verarbeitung dieses, ja, wie du ja gesagt hast, Umstands, der jeden von uns irgendwann ereilt, ist ja etwas, was einen auch reifer macht. Bist du seitdem, du sozusagen alleine bist an der Spitze der Generation, ein anderer, ein reiferer Dennis? Ich empfinde mich, also was den Tod meiner Eltern betrifft, nicht unbedingt reicher. Ich habe das Gefühl, ich bin dünnhäutiger geworden und ich bin ein bisschen ängstlicher geworden. Ich hatte das Gefühl, vorher ein bisschen standfester zu sein. Also ich habe mich immer mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich finde den Tod unglaublich faszinierend und das ist einer der unbeantwortbaren Fragen, wenn man sich lange Zeit in dieser Frage sonnt, da passiert etwas mit einem. Der Tod ist unglaublich faszinierend. Und ja, wie gesagt, ich glaube, ich bin dünnhäutiger geworden. Ist das, was ich eben vor der Pause gefragt habe, die Verarbeitung des Todes für dich auch eine künstlerische Herausforderung und ist diese Affinität, die du zur deutschen Kultur beschrieben hast, daraus vielleicht entstanden, dass du näher an der deutschen Verarbeitung des Todes bist? Gibt es überhaupt eine unterschiedliche Verarbeitung in der deutschen Kultur, in der afrikanischen Kultur? Also ich gehe jetzt bewusst mal ein bisschen weiter weg, weil ich glaube, du wirst dann schnell sagen, ja, bei italienisch-deutsch hättest du wahrscheinlich gesagt, nö, ist alles gleich. Ich weiß es nicht. Es gibt Kulturen, da wird zum Beispiel der Tod auch gefeiert. Ah ja, okay. Papua-Neuguinea, Südamerika, gibt es viele Kulturen, wo der Tod das Ziel des Lebens ist und geschafft zu haben, in Anführungsstrichen friedlich zu sterben und etwas hinterlassen zu haben, gilt als Vermögen. Ja, ich wünschte, dass wir so einen Umgang mit dem Tod haben, weil wirklich dabei zu sein, wenn Menschen sterben, alles um einen herum atmet, es ist schrecklich. Alles gibt einem das Gefühl, hier passieren grauenvolle Dinge und man nimmt das so auf, man nimmt das mit. Ich fände es schön, wenn wir einen anderen Umgang damit hätten. Also, ich muss ja mal dran denken, so Timothy Leary, so dieser LSD-Papst, der sich so auf dem Sterbebett irgendwie 500 Mikrogramm LSD hat spritzen lassen und dann irgendwie mit ein paar Frauen im Cabrio durch die Stadt gefahren ist. Wie krass ist das? Weißt du, soll ich dir was erzählen? Ich war heute Morgen bei meinem Physiotherapeuten und wir haben zehn Minuten über Timothy Leary nachgedacht und uns ist der Name nicht eingefallen. Und jetzt sitzt du hier und sagst den Namen, es macht Kling und ich denke, was ist das? Ja, erzähl, ich habe dich überbrochen. Nee, aber tatsächlich sowas, also dass man, eigentlich müsste man doch wirklich zu Leuten gehen, die sterben und sagen, wow, du hast ein interessantes Leben gehabt im besten Fall, so let's go out with a bang. So, hier, Champagner, lass uns eine letzte große Party feiern. Und stattdessen stehen da alle und, ich meine, es gab da Szenen am toten Bett meines Vaters, das sind da Leute, so, haben so die Tür geknallt und gegen Wände geschlagen und dachte so, scheiß auf dich tot und so. Also auch wirklich diese große pathetische Geste. Ja, wo ich einfach dachte, Leute, entspannt euch. Bist du cool geblieben? Äh, was heißt das? Ja, weil du sagst so, entspannt euch Leute, das klingt so wie, ja, easy, alles okay. Ähm, ja, cool, also ich meine, als es dann soweit war, hat mich das natürlich auch, ja, ich musste natürlich auch weinen, aber ich bin in dieser ganzen Phase relativ sachlich geblieben, weil es so viele Dinge zu tun gab. Also es gab so viele Dinge zu regeln und da musste ich halt irgendwie durch und da bleibt halt nicht viel Zeit, sich da emotional mit auseinanderzusetzen. Das klingt sehr deutsch, wenn man das Deutsche jetzt als Klischee versteht. Ja, okay, vielleicht. Aber auf der anderen Seite, was soll man denn auch machen? Also es gibt da Dinge zu tun und jemand muss sie tun und ich war der Einzige, der das machen konnte. Du bist sehr, ja, irgendwie auch aufgeräumt, habe ich das Gefühl. Also du sagst, das muss getan werden und was soll ich machen? Ja. Ähm, gibt es Momente, in denen etwas ausreißt in dir, was du nicht einfangen kannst? Ja. Was ist das? Angst, merke ich. Ich habe, äh, ich bin sehr, hm, das war mein Magen. Ich finde, ähm, nee, ich habe tatsächlich, ja, ich habe, ich habe Ängste. Wovor hast du Angst? Sterben. Das ist tatsächlich schon wieder. Ach ja, am Ende ist es immer das. Einsamkeit auch? Einsamkeit, ja, ja. Nicht geliebt zu werden? Nicht geliebt zu werden, alt zu werden. Alt zu werden. Krank zu werden. Kraftlos zu sein. Ja, ja. Wahnsinnig zu werden? Ja, da mache ich mir zunehmend Gedanken drüber. Das wäre, glaube ich, das Schrecklichste. Also den Verstand zu verlieren? Ja, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres. Heißt das im Gegenzug, dass du sehr kontrolliert bist, um dieser Ängste auch ein bisschen Herr werden zu können und ist das die richtige Maßnahme? Ich bin, äh, nee, ich bin denen ausgeliefert. Du bist denen ausgeliefert? Ja, ja. Kannst du sie konstruktiv einsetzen? Können sie dich bereichern? Vielleicht, also bewusst mache ich das nicht. Aber ich merke auch, ich, also... Wovor schützt dich die Angst? Vor nichts. Ich glaube, vor gar nichts. Ja, sie ist da und dadurch, dass du denkst, du müsstest sie eher beherrschen oder vermeiden, wird sie nicht weniger, oder? Nee, aber irgendwie zwingt einen die Angst ja auch zum Umgang mit dir. Auf irgendeine Art und Weise muss man mit der Angst umgehen. Und ich merke, es gibt eigentlich keinen Grund, Angst zu haben. Und sich das bewusst zu machen, hilft dann nicht, wenn man Angst hat. Man muss halt in den Momenten, in denen man angstfrei ist, in denen man stark ist, muss man das halt festigen. Aber, ja, mein Gott. Gibt es einen Übergang zur Panik? Manchmal? Manchmal, ja. Und was hilft dir dann, wieder runterzukommen und zu sagen, ey, alles easy, cool down? Nichts. Gar nichts? Nein. Nur die Erkenntnis, dass selbst die schlimmste Panik nicht zur Katastrophe führen kann? Ja, oder die Erkenntnis, dass alles ja sowieso in der Katastrophe enden wird. Am Ende, also ich meine, das lässt sich nicht vermeiden. Am Ende verliert man alles und auch sich selbst. Und da muss man einen Umgang mit finden. Ich glaube, man muss da entspannt mit sein. Und manchmal gelingt mir das und sehr oft nicht. Und letzten Endes muss ich sagen, ich bin, also es ist immer so, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und so. Aber ich merke, ja, manchmal habe ich wirklich das Gefühl, ich bin weicher. Ich bin, ich bin, Dinge fassen mich emotional sehr schnell an. Ach, das ist ja Quatsch. Du bist ja gerade weicher. Nein, nein, aber letzten Endes, was so ein Grund, wir haben ja, also du hast mir im Vorfeld der Sendung gesagt, schick mir Musik. Ich finde Musik extrem schwer, muss ich sagen, weil ich, weil ich, ich höre, ich konsumiere auch Musik nicht so, wie die Leute um mich herum. Ich kann ganz schlecht Musik hören und dabei irgendwas anderes machen, weil Musik mich wirklich, ja, ich. Musik ist das Stichwort. Ja, genau. Ähm, jetzt muss ich überlegen. Ähm, Angst war jetzt das Stichwort. Was können wir denn für Musik über Angst hören? Könnten wir es aus der Rocky Horror Picture Show hören? Ähm, kennst du die Platte Tales of Mystery and Imagination von Edgar Allan Poe, die Texte, vertont von Alan Parsons Project? Nee, die kenne ich nicht, aber... Da hören wir The Raven draus. Das ist gut, das ist die Vertonung eines Gedichts. Ja, doch, ich glaube, ich kenne das. Ja, doch, das kenne ich. Edgar Allan Poe, vertont von Alan Parsons Project und wir hören The Raven und das ist der Wunsch vom kleinen Dennis, der hier bei mir ganz verängstlich im Studio sitzt und zittert wie Espenlaub. Dennis Moschito bei mir im Studio in der Blauen Stunde am Sonntag zwischen 16 bis 18 Uhr. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Doch es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die Blaue Stunde an einem grauen Tag. Hier ist die Blaue Stunde und zwar die zweite Blaue Stunde heute am Sonntag mit meinem wunderbaren Gesprächspartner Dennis Moschito, mit dem ich jetzt erstmal in der ersten Hälfte, finde ich, über sehr viel Ernstes gesprochen habe, aber auch wirklich sehr spannende, ernste Dinge. Muss ja auch nicht immer pille, palle, unterhaltsam, lustig sein. Aber lass uns auch den Crazy Motherfucker in dir nochmal ein bisschen fordern. Du bist auch ein Komödiant, finde ich. Also du bist auch manchmal sehr lustig, du hast diese Internet-Serie gemacht, diese kleine Kolumne Babam und dieser, wie redet der Typ eigentlich? Er redet ein bisschen so, er ist sehr schlau. Er hat Tasten im Kopf. Und er erklärt so Leuten wie mir, die keine Ahnung haben, die stellen dem Fragen und dann sagt er, der ist ein bisschen altklug auch, ne? Ja, er ist ein Talent. Ja, der macht auch kleine Fehler, ne? Nein, würde ich nicht sagen. Ich war jetzt neulich irgendwo in Berlin, ich will den Namen nicht nennen, da waren wir essen und da kam ein Typ an den Tisch, der hat gesagt, ich bin dein größter Fan, du machst super diese Komödie, ne? Das ist sehr, ich bin ein großer Fan von dir. Und da habe ich gesagt, ja, wer bist du denn? Ich habe Ambitur, hat er gesagt. Ambitur. Ich habe Ambitur. Und dann hat er gesagt, aber ich finde am besten bei dir ist, du hast eine super Linguistik. Ein Traum. Dann macht man die Taschen auf und sagt, gib her, ne? Ja, zu mir kommen halt häufig Leute, die dann so, ey, du bist Chico, ey, ey, was, was, ich bin echter Chico. Ich mache richtig im Gras Geschäft, so, und dann versuchen die mir zu erzählen irgendwie, dass sie die Real Gangster sind. Diese komödiantische Seite, die du hast, die haben wir ja auch, als wir gedreht haben zusammen im Knast, da haben wir ja viel improvisiert und haben viel Spaß miteinander gehabt. Ist die für dich eine Art, ja, Kompensierung? Kannst du damit etwas wegmachen, was auf der anderen Seite diese Ängste sind, die du ja eben beschrieben hast? Oder die Schwermut, das, was auch die Verbindung vielleicht zum Deutschen ist? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich da so kompliziert bin. Ich lache einfach nur gerne. Ist das zu psychoanalytisch, was ich hier mache? Ich weiß es nicht. Also vielleicht stimmt das, aber ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Okay, vielleicht sollte ich einfachere Fragen stellen. Bitte. Ich bin nicht intelligent genug für... Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Vielleicht ist es auch zu viel Mindfucking irgendwie. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, ich lache einfach nur gerne. Und letzten Endes muss man sagen, das, was man spielt, das überträgt sich ja auch auf einen. Und wenn man lustige Dinge macht, dann hat man Spaß. Dann lass uns doch da wirklich ganz simpel bleiben. Warum spielst du? Warum bist du Schauspieler? Also, ich glaube, ein Teil von mir möchte irgendetwas herausfinden über Menschen, über mich selbst. Aber letztendlich am Ende macht es mir einfach nur Spaß. Und ich glaube, that's it. Da werde ich immer so sauer, wenn das jemand sagt. Ja, warum? Es ist halt, ich bin ja, du weißt, ich führe ja auch viel Regie. Und es ist immer die gleiche Antwort. Warum machst du Theater? Ja, weil es mir Spaß macht. Und ich finde, also ich will dich gar nicht angreifen, das ist die banalste und dümmste Antwort, die man geben kann. Ich glaube das nicht. Und niemand interessiert sich für deinen Spaß. Deinen Spaß kannst du alleine haben. Oh, da bin ich sehr bei dir. Ja, geh nach Hause und hab deinen Spaß, aber lass mich bitte in Ruhe, wenn du über mich deinen Spaß haben willst. Ich will, dass du was von mir willst. Ich will, dass ich Spaß habe und du dafür spielst. Okay, ja, ja, ja. Doch, da ist was sehr Richtiges dran. Weil ich finde es auch immer ganz schrecklich, wenn Schauspieler so alles irgendwie von sich abhängig machen. Ich muss dieses und jenes empfinden beim Spielen, wo ich einfach denke, das interessiert mich nicht. Der Zuschauer muss das empfinden. Es ist mir Wurst, was in dir vorgeht. Und fake das alles, wenn du willst. Wenn ich das glaube, bin ich einverstanden damit. Nein, aber ich meine, ich meine eher Spielfreude. Das ist das. Wenn Kinder irgendwie Räuber und Gendarm spielen, dann sind die so versunken. Und die haben so Bock, das zu tun. Und das sind die Zustände, die ich liebe beim Spielen. Wenn ich einfach komplett versunken bin und es mir einfach Freude macht. Also manchmal, ich meine jetzt wie zum Beispiel Erdem, der Typ aus Im Knast. Irgendwie, ich versinke irgendwann in dieser Figur und es macht so einen Spaß, dass man sich selber so ein bisschen vergisst. Und die Verantwortung auch? Ja, ja, ja. Hast du eine Verantwortung? Eine Verantwortung wem oder was gegenüber? Den Leuten gegenüber, die vielleicht in dir etwas sehen, was du erzeugst in dem Moment? Ach so, ja, das empfinde ich nicht so. Ich habe eher das Gefühl, dass, wenn ich dann spiele, ich keine Verantwortung darüber habe, was um mich herum passiert. Also ich habe so das Gefühl, alles ist erlaubt. So, das ist das. Ich sehe es nur bedingt so. Ich glaube, du hast eine große Verantwortung. Ich glaube, das Schauspiel, die Kunst des Schauspielens ist zugleich eine Dienstleistungskunst. Sie ist auch eine Selbstverwirklichungskunst. Aber die Selbstverwirklichung ist ein Zugang zur Dienstleistung. Du bist als Schauspieler nicht autonomer Künstler, der ein Bild an die Wand malt und die Leute frisst oder stirbt, sehen es und finden es gut oder schlecht. Sondern du bist Teil eines Konstrukts. Du bist gebunden an den Autor, du bist gebunden an den Regisseur, du bist gebunden an die Bühne, an das Licht, an die Dramaturgie etc. Also ich will dir gar nicht jetzt etwas in den Mund legen, sondern ich persönlich sehe es einfach anders. Und ich bin sehr kritisch und manchmal auch sehr aversiv gegenüber Schauspielern, die sagen, ja, ich mache das, um mich selbst zu verwirklichen und ihr könnt mir dabei zuschauen. Das ist für mich dann ein bisschen Gewichse auch. Die Interaktion, die Transzendenz, das, was sich überträgt, meine Ahnung davon, was du mir in dem Moment mitgeben kannst aus deinem Schicksal, aus deinem Leben. Die Trauer, die Freude, das alles verbindet uns und das ist eine große Verantwortung, weil du mich natürlich auch in dem Moment, wo du dich hinstellst auf ein Podium, auf eine Bühne, etwas von mir verlangst. Nämlich, dass ich dich anschaue. Und das, finde ich, ist etwas, was man vernachlässigen kann. Merkst du die Momente, wenn du es vernachlässigst, zum Beispiel in schlechten Filmen? Du hast viele schlechte Filme auch gedreht, oder? In der Tat, ja. Also was heißt viele schlechte? Ich würde sagen, ich habe fast nur schlechte Filme gedreht. Ist es das dann vielleicht, dass du das Gefühl hast, ey, wir holen uns hier einen drauf runter, dass irgendjemand eine billige Story geschrieben hat, aber wirklich an etwas ziehen, an den Kern einer Sache zu kommen, Menschen zu bereichern, ihnen zu helfen, sie vielleicht sogar zu führen an einen Punkt, wo sie klüger sind, als sie vorher waren. Das ist vielleicht sogar schon, schlecht gesagt, eine Ambition, das habe ich ja eben gesagt, aber es ist auch eine Herausforderung. Ja, und es ist leider, muss man sagen, eine Seltenheit. Also ich meine, der Grund, warum die meisten Schauspieler sehr viele schlechte Filme machen, ist natürlich, weil es, oder es gibt einfach sehr viele schlechte deutsche Filme, muss man leider sagen. Und ja, also ganz oft muss man halt eben auch einfach nur die Miete bezahlen. Aber manchmal kommt man dann in Projekte, wo eben all das zum Tragen kommt, ja, was du gerade beschrieben hast. Welcher Film war für dich der Film, der dich am besten transportiert hat? Welche Filme, welcher Film? Oh, ich finde das ganz schwer zu sagen. Gab es einen, wo du gesagt hast, boah, da ist mein ganzes Herzblut drin, ich habe mir den Arsch abgespielt, das ist der Film, der mich repräsentiert? Also es gibt Filme, wo ich Blut geschwitzt habe, wo ich gearbeitet habe, Filme, die ich ernst genommen habe oder Rollen, die ich ernst genommen habe. Die Filme oft nicht, aber die Rollen, die ich dann gespielt habe. Und das hat dann mal besser und mal schlechter funktioniert. Aber im Grunde genommen nein. Ich bin auch sehr kritisch und ich habe bisher, muss ich auch sagen, noch nie ein Drehbuch in der Hand gehabt, ein deutschsprachiges Drehbuch, das ich gelesen habe und dachte, wow, hier habe ich nichts daran auszusetzen. Ja, weil du natürlich auch ein alter Hase bist. Wenn man sieht, wie viele Sachen du schon gemacht hast, alter Schwede, also das ist ein ganzes Leben. Ja, es sind jetzt halt 20 Jahre ungefähr, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und den Film fällt dir keiner ein? Nee. Ich hätte dir jetzt eine Brücke bauen können, aber du willst ja nicht. Die da wäre? Na komm. Jetzt ist es zu spät, Brücke zu uns. Der beste Film, den du eben doch schon genannt hast, aller Zeiten, ist gerade prämiert worden. Aus dem Nichts, natürlich. Super Film. Ja gut, aber das ist halt einfach wegen Diane Krüger natürlich. Ich glaube, das war Diane Krügers bester Film. Ganz genau. Das war der Film, der sie am besten repräsentiert. Ich finde aber, dass, also jetzt mal abseits jeglicher Kritik, die man ja haben darf, Filme werden ja auch dafür gemacht, dass man darüber spricht. Hast du mich mal wieder, und das klingt affirmativ, ist aber durchaus auch ehrlich gemeint, du hast mich mitgenommen. Also ich habe dich viel mehr gefühlt als die anderen in dem Film. Und obwohl du da eine relativ, ja, belanglose Rolle spielst. Also ich weiß nicht, ob ich das so vermessen sagen darf. Bitte, hau rein. So, man weiß relativ schnell, ah ja, okay, das ist der Anwalt, der war vorher mal ein Freak. Und der ist irgendwie gut. Der ist irgendwie gut und der kümmert sich auch um die. Und der, man weiß aber auch schon, nach dem ersten Satz, den du sagst, dass du scheitern wirst. Weil du verkaufst als Anwalt Drogen, du bist ein Loser. Und es ist ja auch klar, dass du dieser Prozess, dass du versprichst das Blaue vom Himmel und du landest wirklich im Schmutz am Ende. So ein Anwalt will keiner haben, ganz ehrlich gesagt. Und ich hätte, es hätte mich sehr gefreut, wenn das, was du gerade beschrieben hast, mehr tatsächlich da gewesen wäre. Ja, aber dann wäre der Film nicht erfolgreich. Ich weiß nicht, aber so ein Anwalt, es gab mal eine Szene, die du da rausgeschnitten, wo ich ihr abrate, dass sie mich nimmt. Und nämlich genau aus all diesen Gründen. Und ich finde es schade, dass es hier nicht mehr drin ist, weil es ganz schön ist, dass der Anwalt selber sagt, ey, ich bin einfach der Falsche und am Ende ist er der Falsche. Komm, wir hören Chris Isaac. Ist das auch scheiße? Das ist alles scheiße. Das ist doch alles Kacke. Chris Isaac, finde ich, ist so Filmmusik, oder? Ja, ja, ja. I know the dream. Wie heißt das Lied? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Chris Isaac. Irgendwas mit Hart. Wild et Hart ist der Film gewesen. Nee, irgendwas mit Das. Auf jeden Fall. Wir sprechen weiter über Filme nach der Musik. Chris Isaac hier in der Blauen Stunde mit mir zusammen, Dennis Moschito. Ja, richtig. Was geht, Alter? Wir hören dich gleich wieder in der Blauen Stunde. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Das war Wicked Game übrigens von Chris Isaac in der Blauen Stunde. Chris Isaac und Dennis Moschito. Beide hier. Komm, wir sprechen noch ein bisschen über Filme. Wir haben ja ein bisschen schon ergründen können, was für dich das Schauspiel bedeutet. Wo steht, sagen wir es mal etwas allgemein politischer, wo steht der deutsche Film? Betrachtest du das so aus einer Distanz und hast du da eine Meinung zu? Ja, ja. Sag sie. Ich finde, man muss auch öffentlich so ein bisschen darüber sprechen können, warum der deutsche Film so scheiße ist. Ja, sag's. Und ich weiß, ich habe keine gute... Rede dich um Kopf und Krak. Ja, gerne. Ich habe keine gute Lösung, aber ich glaube, es ist ein ganzer Blumenstrauß an Scheiße. Also ein Problem, ein stinkender Blumenstrauß an Problemen. Und es sind die Bücher... Komisch, obwohl du eben ja gesagt hast, deutsche Kultur ist für mich der Inbegriff des Tiefgangs. Oder wie hast du es noch nicht mal so gesagt? Das hast du gesagt, aber ich werde das in Zukunft so sagen, wie du es gerade gesagt hast. Wo ist die Emotionalität? Wo ist der Tiefgang? Wo ist das, was in Goethe, Schopenhauer, alles, was du eben beschrieben hast, wiederzufinden ist? Warum ist der deutsche Film plötzlich banaler als das, was aus oberflächlichen Filmindustrien kommt wie Amerika oder was weiß ich sonst woher? Also wie gesagt, ich glaube, dass es wirklich... dass es viele Probleme sind, aber ein Kernproblem sind, glaube ich, dass wir keine guten Autoren in Deutschland haben. Ach, das klingt... Wirklich? Nee, es ist, sagen wir mal so, ich muss es anders formulieren. Es ist aus meiner Erfahrung, das, was ich zu lesen bekomme, ist in 99 Prozent der Fällen scheiße. Weil es anbiedernd ist und sich anlehnt an Vorlagen, die... Es ist technisch schlecht. Ich frage mich wirklich auch, was da in der Ausbildung der Autoren schiefläuft. Oder wird das Gute nicht gefördert? Es muss ja das sein. Am Ende, weil es kann ja nicht sein, dass wir keine guten Autoren in Deutschland haben. Das ist ja unmöglich, verdammt nochmal. Ich glaube, die Leute, die arbeiten, sind nicht die, die arbeiten sollten. Oh Gott, ich kriege Probleme jetzt. Ach, scheiß auch drauf. Ich habe schon so viele Prozesse hinter mir. Bei mir bist du in guten Händen. Aber ich kenne... Lass uns das mal vielleicht erklären, auch den Zuhörern. In Deutschland ist es erstmal eine Frage der Finanzierung, ob ein Film in die Kinos kommt. Dahinter stecken Verleihe, der Vertrieb, die Filmförderung. Und das alles ist sehr, sehr, sehr eng gebaut. Und wenn man sich da nicht gut auskennt, wenn man keine Beziehungen hat, wenn man nicht mitschwimmt im Strom dieser Leute, die einem auch die Richtung immer vorgeben, dann ist es schwer. Dann können selbst gute Leute kommen und gute Projekte anbieten, die wird niemals ein Zuschauer im Kino sehen. Dagegen aber, jetzt reden wir doch mal Klartext, kannst du wie vier gegen die Bank, Schweighöfer, Till Schweiger und Konsorten rauf und runter sehen in jedem Major Kino. Und nach zwei Wochen ist das Ding wieder abgesetzt, weil es substanziell einfach Kacke ist. Kann ich das an deiner Stelle so sagen. Ja, ich... Aber was ist dann die Lösung? Also du sagst, gute Filme, gute Autoren fehlen uns. Was kannst du da tun als Schauspieler? Ach ja, leider nicht allzu viel. Also ich meine, es ist halt so, als Bäcker einem Bauern zu sagen, wie er sein Getreide anbauen soll, das ist schwierig. Aber der Bäcker kann durchaus sagen, das ist scheiße, was du mir anbietest, da kann ich keine Brötchen machen. Und in Deutschland haben wir so ein bisschen das Problem, dass die Bauern mit Scheiße ankommen und es Bäcker gibt, die sagen, ja, dann mache ich einfach scheiß Brötchen. Und dass Leute dann dieses scheiß Brötchen kaufen und sagen, oh, das sind gute Brötchen. Wie ist es in anderen Ländern? Also wenn Deutschland so schlecht ist oder nicht gut dasteht, gibt es andere Länder, die besser dastehen? Ich finde, also ich glaube, dass die Vereinigten Staaten, dass man die zurzeit ignorieren kann. Da kommt auch nicht viel Interessantes. Das Independent Kino, das ist dann nochmal was anderes, aber Mainstream Kino, Hollywood ist ein Albtraum, finde ich. Und die Serien, über die dann alle so reden, sind es auch nicht am Ende. Nee, Skandinavien, Großbritannien, da passieren schon Dinge, die sehr überraschend sind. Ist das nicht dann zu arty, also zu arthouse-mäßig versteckt? Überhaupt nicht. Also ich bin jetzt gerade... Sag mal einen Film, den du toll findest. Ja, auch da, ich finde die Filme, die frühen Filme von Winning Reffen, Pusher, ich meine, das sind Gangster-Filme. Die alle, und da muss ich auch sagen, also bei aller Liebe zu Chico. Aber Chico ist die Geschichte von einem Typen, der irgendwie geil durchstarten will und Drogen verkauft und am Ende erschossen, umgebracht wird. Und dann gibt's den zweiten Pusher-Teil von Winning Reffen mit Mats Mikkelsen, ein Idiot, der aus dem Knast kommt, seinem Vater, der ein großer Gangster ist, gefallen will. Und immer dümmere Sachen macht, bis er am Ende einfach erkennt, mein Vater ist ein Arschloch und den dann umbringt. Also es ist eine Geschichte über schlechte Väter. Und das ist das, du hast das Gangster-Genre und erzählst einen Film über Väter. Du hast einmal was gepostet auf Facebook, wir sind ja befreundet auf Facebook, diese leidige Scheiße Facebook, aber trotzdem bringt sie uns ja manchmal zusammen. Das war ein Ausschnitt, der mich total gefesselt hat. Aus dem Shopper. Ja, genau. Und den spielt dieser... Eric Banner. Eric Banner spielt den... Hast du den gesehen, den Filme? Nein, nein, nein. Schauen die an, was Eric Banner macht, ist unglaublich. Und ich muss dir sagen, also ich hab's ja auch sofort geliked irgendwie und ich muss dir sagen, es war faszinierend zu sehen, wie eine Szene so viel Geschichte haben kann, allein durch die Spannung des Spiels, die der Schauspieler mitbringt, dass man gar keine Story mehr braucht. Also der spielt das so facettenreich, dass du die ganze Zeit erstmal denkst, boah, gleich passiert was. Irgendwie, es ist eine Szene, die ist ganz einfach, es ist ein aggressiver Moment. Der eine provoziert den anderen und der andere reagiert aber nicht so, wie man denkt. Ja. Erstmal. Und da ist mir nochmal bewusst geworden auch deine Sicht auf die Dinge. Also da hab ich so das Gefühl dazu bekommen, wie du Dinge wahrnimmst und was dich vielleicht am Spiel, aber auch an diesen Geschichten fasziniert. Nämlich dieses feine, ziselierte, das was eben nicht sichtbar ist, was in den Figuren gärt und was manchmal zwischen den Figuren explodiert. Oh ja. Hat man dafür im Mainstream-Kino Zeit? Ganz sicher nicht, nein. Ja. Aber man hat auch nicht abseits des Mainstream-Kinos dafür Zeit, habe ich das Gefühl. Haben wir überhaupt in unserem Leben Zeit für sowas? Wir sollten die Zeit haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, was da schiefläuft. Und vor allen Dingen wirklich, das Problem ist so vielseitig. Ich meine, letzten Endes eine Sache, über die nie geredet wird, ist, in Deutschland werden Filme noch synchronisiert. Also ich meine, internationale Filme werden synchronisiert. Das ist eine Katastrophe. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit und der Kunst. Absolut. Das ist, ich meine, in der Musik, wenn das, stell dir mal vor, Musik würde synchronisiert werden und die neuesten Poppits aus den Staaten würden deutsch übersungen von irgendjemandem. Und alle würden sagen, ja, ist doch klar, dass man das so macht. Also ich höre nur synchronisierte Musik. Und wenn du sagst, ich höre die Musik nur im Original, sagen alle, das ist mir zu krass. Also ich finde, das ist katastrophal, besonders, weil auch junge, angehende Regisseure denken, das ist der Ton. Dieser Studioton, wie irgendwelche Sprecher, wo waren sie gestern Abend um 19 Uhr? Dann fangen auch Schauspieler plötzlich an, so zu sprechen. Und dann gilt das plötzlich als gutes Schauspiel. Ganz oft ist im deutschen Film der Ton scheiße. Das ist das. Also die Leute sprechen Kacke. Es war ja lange Jahre so auch, ich habe ja viele Filme auch synchronisiert, dass die Atmosphärenspur runtergefallen war. Komplett zerstört, die war weg. Das heißt, das Wichtigste eigentlich an der Szene, nämlich Stille, atmosphärische Stille, war studiomäßig tot. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist natürlich ein großes Manko bei synchronisierten Filmen, aber auch deutschsprachige Filme sind ja dann nicht viel besser. Also zum Beispiel, wenn du dir einen Tatort anschaust und einfach mal nicht aufs Bild guckst und dir nur anhörst, wie die Tonebene ist, das ist ein Hörspiel. Das klingt wie ein WDR-Hörspiel. Und das, ja, als Hörspiel, okay, kann ich mit leben. Im Film hat diese Sprache auch einfach nichts zu suchen. Wir müssen auch einfach einen neuen Ton finden im Film. Klingt alles sehr politisch. Lass uns gleich ein bisschen über Politik sprechen. Jetzt etwas, was du nicht kennst. Kennst du Devin Townsend? Ja, doch. Kennst du Devin Townsend? Der Name sagt mir was. Wir nehmen mal Funeral von Devin Townsend. Düsterer Song, düsterer Typ. Der hat angefangen mit 18 oder 17 in der Band von Steve Vai zu singen. Hat eine Wahnsinnsrange von ganz tief bis ganz hoch. Brüllt unglaublich gut. In der Blauen Stunde bei mir Dennis Moschito zu Gast. Das heißt, es ist Sonntag irgendwie auf dem Weg nach 18 Uhr. Radio 1. Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Hier ist die Blaue Stunde und mit mir im Studio sitzt immer noch Dennis Moschito. Dennis, wir machen mal einen schnellen Überblick über das, was wir alles besprechen konnten, um herauszufinden, ob es noch viele andere Dinge gibt. Da bin ich ganz sicher, die wir besprechen müssten. Wir haben viel über Schauspiel gesprochen, über deine innere Einstellung dazu. Wir haben über Filme gesprochen. Wir haben über dich gesprochen, über deine Eltern, dein Verhältnis zum Tod, deine Ängste. Kehren wir jetzt mal aus diesem Mikrokosmos ein bisschen wieder zurück in die Realität. Oder es ist ja natürlich auch alles real. Es ist aber jetzt eher die Innenperspektive gewesen. Und werfen den Blick auf das, was um uns ist. Du bist nicht nur ein sehr akribischer Mensch, habe ich das Gefühl. Du bist nicht nur ein sehr fleißiger Mensch, ein sehr neugieriger Mensch. Jemand, der sich auch trotz der Angst, die ihn manchmal hemmt, Risiken stellt. Sondern du bist auch jemand, der eine politische Einstellung hat. Also was du am Ende über den deutschen Film gesagt hast, deutete ja schon so ein bisschen in die Richtung. Glaubst du, fangen wir es vielleicht so ein bisschen gesellschaftspolitisch an und gehen dann wirklich auch zur Parteipolitik. Glaubst du, dass dieses Deutschland, in dem wir leben, glaubst du, dass das ein Deutschland ist, in dem das Intellektuelle überwiegend Platz hat? Oder glaubst du, wir verrohen zunehmend? Glaubst du, dass diese Fernsehsender RTL 2, Super RTL, das schnelle Amüsement, das Internet, der kapitalistische Grundgedanke, alles muss jederzeit verfügbar sein, Beziehungen sind Instant-Beziehungen. Glaubst du, das ist der Alltag, in dem wir uns heute befinden? Oder glaubst du, es gibt in Deutschland viel mehr Leute, die sich so wie du unterrepräsentiert fühlen und denen einfach die Andock-Stelle fehlt? Jemand, der sie abholt. So wie die blaue Stunde, die dich heute abholt. Ja. Ist das eine komplizierte Frage oder ist die zu lang oder soll ich sie kürzer stellen? Ja, stellen wir kürzer. Wie findest du Deutschland? Es macht, ja, vieles macht mir Sorge. Echt? Ja. Was denn zum Beispiel? Also zum einen, es gibt etwas, ich muss mal, es gibt eine deutsche Vernunft, die nicht immer vorherrschen muss, aber die es in anderen Ländern nicht so gibt. Italien-Türkei? Italien-Türkei zum Beispiel. Weißt du, in Italien im Parlament, wo dann irgendwann Parmaschinken irgendwie verteilt wird und Leute sich kloppen und was weiß ich. Es gibt... Das Temperament? Das Temperament, ja. Von mir aus, ja. Das gibt es in Deutschland nicht und irgendwie glaube ich, ach, das, ich habe so das Gefühl, dass wir in Deutschland doch im Grunde vernünftiger sind als in anderen Ländern. Gedrosselt haben wir ein gedrosseltes Temperament? Gedrosselt, ja. Gedrosselt, weil es bricht ja manchmal aus und dann dauert es zwölf Jahre, bis es wieder vorbei ist. Das stimmt und dann ist es richtig kacke, ja. Ja, also ich mache mir Gedanken, aber es ist politisch, ich weiß nicht, es kommen noch so viele Probleme auf uns zu. Ich meine, Sachen, über die wir auch überhaupt nicht nachdenken, also Energieprobleme. Ich glaube, Energie ist das größte Thema der Zukunft. Unterschätzt, ja. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Klimafolgenforscher bei mir in der Sendung und das war schon erschreckend. Künstliche Intelligenz, wirklich eine Sache, die wir in den nächsten 10, 20 Jahren, wird das sehr Thema sein. Damit werden wir uns auseinandersetzen müssen. Robotik, wie sich Arbeit verändert in unserer Gesellschaft. Verlieren wir auch ein bisschen die Sinne, also die Sinnlichkeit auch? Mit Sicherheit. Aber man darf auch nicht vergessen, man gewinnt ja auch etwas dazu. Also es hat halt eben alles immer zwei Seiten. Was mich sehr beunruhigt ist, dass technologische Entwicklung auf der ganzen Welt im Moment von Firmen bestimmt wird. Die schmeißen einfach irgendwas auf den Markt. Das verändert den Umgang von Menschen miteinander, wie das Mobiltelefon wirklich massiv die Welt verändert hat. Und das kam von irgend so einer Firma, die gesagt hat, ja, jetzt gibt es halt eben das. Und niemand hat uns gesagt, ja, die Welt wird sich verändern. Habt ihr überhaupt Bock da drauf? Das meinte ich eben mit dem kapitalistischen Gedanken, dass eben der Kapitalismus, so platt politisch sich das jetzt auch anhört, ein bisschen anachronistisch, ist tatsächlich die Hauptphilosophie, die wir gerade haben, der Leitfaden unseres Denkens und der hat sich so verinnerlicht. Deswegen bin ich auch eben auf die Beziehung zu sprechen gekommen, dass selbst in unserem engsten Umfeld, in unserem eigenen Leben, Dinge bestimmt werden durch eine unsichtbare Ideologie. Und diese Ideologie heißt heute, alles zu jeder Zeit haben zu wollen, aber auch immer das Gefühl zu haben, dazu eine Meinung zu haben. Also diese Industrie, die uns abfängt, suggeriert uns ja, dass sie uns ernst nimmt, obwohl wir eigentlich nichts anderes sind als Zahlvieh. Wenn wir es gekauft haben, ist unsere Meinung schon wieder unwichtig. Ich glaube auch nicht, dass Facebook sich für einen Kommentar von uns interessiert, sondern die Bewegung, die wir erzeugen in dem Moment, wo wir einen Kommentar schreiben, ist Facebook wichtig. Ist das nicht alles zu düster gedacht? Also jetzt sind wir echt so weit im Keller, wie ich will ein bisschen mehr Euphorie und ein bisschen mehr Hedonismus haben. Ich sehe da nicht allzu viel Positivität. Was macht die Hoffnung? Gibt es nichts, was dir Hoffnung macht? Naja, also der Punkt ist ja, dass es ja genug Menschen gibt, die das nicht leben. Es gibt ja alle Zustände von Hölle und Himmel gleichzeitig auf der Erde zu jeder Zeit. Und unsere Gesellschaft ist halt eben nicht alles. Dann geht es halt vor die Hunde. Who gives a shit? Kannst du das nicht im Kleinen? Also zum Beispiel wir beide, wir treffen uns heute und zwischen uns beiden, nennen wir es jetzt mal ganz kitschig, ist was wie Zuneigung, wie Liebe, ein Gefühl. Das ist ja eine unglaublich positive Energie. Kann man sich da nicht ein bisschen mehr konzentrieren auf die kleineren Kreise, die man gehen muss, statt das große Weltgeschehen? Ich glaube auch, dass das eine Entwicklung dahin geben wird, dass man sich in kleineren Gruppen organisiert. Aber generell spüre ich doch, ich meine, woher kommt diese ganze Unzufriedenheit? Die Menschen in Deutschland sind zutiefst unzufrieden und unglücklich, frustriert. Ich meine, was auch dieses ganze Gemotzer auch im Internet, dass Leute, dieser Anlasshunger, auch diese Lust, sich zu streiten und anderen Leuten zu sagen, was sie falsch gemacht haben. Das ist im Moment sehr das, was ich spüre, was in unserer Gesellschaft vorherrscht. Und auch in den Vereinigten Staaten und so. Woher kommt das? Warum sind die Menschen so unglücklich? Ich habe gerade gedacht, ob es was mit der Homogenität zu tun haben kann, die von außen aufgesetzt ist, auf eine zutiefst inhomogene Gesellschaft. Also, dass wir eine Doktrin haben, gleich sein zu müssen. Wie zum Beispiel durch den Begriff Leitkultur vorausgesetzt. Leitkultur ist ja nichts anderes als eine Doktrin, die sagt, es gibt eine Richtlinie, ein Muster, an das wir uns richten, halten können. Und wer das tut, der erfüllt die Standards. Dabei ist jeder von uns unterschiedlich. Und jeder von uns kann trotzdem unterschiedlich deutsch sein. Muss er auch nicht. Es muss keine Definition des Deutschen geben, um in Deutschland als Mensch eine Lebensberechtigung zu haben. Dieses Gespräch ist sehr bereichernd. Also, ich finde nach wie vor, und du enttäuschst mich heute gar nicht. Ach, das freut mich. Im Gegenteil, du bestätigst alles, was ich von dir auch schon geahnt habe. Du bist ein sehr vielschichtiger Mensch mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Wir kommen, haben wir noch vor der Musik ein bisschen Zeit bestimmt, wir kommen jetzt mal auf die Facetten. Ja. Wir haben eben schon gesagt, du lernst Japanisch. Hi. Hi. Wie weit bist du mit deinem Japanisch? Ich kann einfache Dinge sagen. Ich kann Japaner verstehen, wenn sie sehr langsam sprechen. Ich kann lesen und schreiben mit Hilfsmitteln. Also, simple Dinge,私の名前は Dennis Moshito. Hi. Dennisです. Dennis oder Moshitoです? Moshito. Moshito Dennisです. Andersrum. Moshito Dennisです. Und so Sachen wie... Nann歳ですか? Yonju歳です. Hohen Borg. Geil, Alter, du schreitest schnell. Und warum lernst du Japanisch? Was ist das für ein Freak? Also, ich bin halt auch so ein bisschen ein Nerd, muss ich sagen. Ich habe mich immer für die Schrift interessiert, weil ich die wunderschön fand. Aber es sind ja drei. Es sind drei, ja. Katakana, Hiragana und Kanji. Und ja, ich meine, ich wollte einfach im Grunde genommen eigentlich lesen und schreiben lernen, japanisch. Und eben, weil es eben drei sind. Ich meine, die Japaner benutzen ja die chinesischen Schriftzeichen oder eine abgewandelte, leicht abgewandelte Form zum Teil. Und ja, und ich finde, die Sprache klingt einfach wunderschön. Klingt schön, ne? Ja, es ist wirklich eine sehr schöne Sprache. Und die japanische Kultur hat mich sehr interessiert. Das, was man in Japan als schön betrachtet, das, ja, es ist einfach eine sehr schöne Kultur. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist eine Anziehung, die es immer auf mich gehabt hat. Und ich erinnere mich, das ist auch so eine Sache, ich stand mal irgendwie im Bus und da war irgend so ein Deutscher mit so ein paar Japanern und der hat mit denen japanisch gesprochen. Und ich stand neben mir und dachte, geil, das will ich auch. Oh ja, das kenne ich genau. Und dann Jahre später hatte ich genau die gleiche Situation. Dann stand ich mit irgendwelchen Japanern im Bus und dann habe ich mit Japanisch gesprochen und habe mich umgesehen und dachte, nobody gives a fuck. Ja, das muss man aber auch sagen, das ist einfach das geilste Gefühl der Welt, wenn ich mit Freunden japanisch essen gehe und ich kann mit denen japanisch sprechen, dann kommt immer die so, hast du kannst japanisch und dann, ja, ich kann ein japanisch, das spielt man ein bisschen runter. Dieses Gefühl allein ist auch schon geil, wenn du weißt, was Leute über dich sprechen. Musik, ich will was japanisches spielen. Und zwar, es gibt eine wahnsinnig interessante Marimba-Fonistin. Jetzt bin ich gar nicht mehr bei deinem Musikgeschmack. Ich will einfach nur thematisch passend. Wunderbar. Die ist gleichzeitig auch komponistisch. Keiko Abe heißt die. Keiko Abe. Marimba-Fon, kennst du? Nein. Marimba-Fon ist ein Holz, ein Stabinstrument. Ach so, okay. Die sind wie Xylophon, nur viel größer. Es kommt eigentlich, stammt es aus Afrika. Es ist ein pentatonisches Instrument gewesen, was eben nur, glaube ich, acht oder neun Platten hatte und das ist dann erweitert worden, sodass es jetzt wie eine Klaviatur ist. Und in Japan ist das besonders beliebt. Die Japaner lieben das Marimba-Fon. Und wenn du hören wirst, was Keiko Abe spielt, wirst du, glaube ich, auch verstehen, warum. Ah. Aber du hörst es jetzt noch nicht. Jetzt hören wir es erst. In der blauen Stunde. Hier kommt Keiko Abe. Und mit mir im Studio ist Dennis-san. Moschinski. Dennis-san oder Dennis Moschito-san. Moschito-san. Hi. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu. Dennis Moschito hier in der blauen Stunde. Ich habe gerade zu Dennis gesagt, und Dennis hat auch gesagt, wir haben echt viel abgedeckt. Ein bisschen kommt mir das vor, als wären wir mit so einem Jetski. Bist du schon mal Jetski gefahren? Nee. Wenn du Jetski fährst, was sehr umweltschädlich ist und man sollte es auch nicht machen, sagen wir jetzt hier, dann kannst du Vollgas auf dem Wasser fahren. Und wenn du dann das Lenkrad umschlägst, taucht das ganze Ding unter und schmeißt dich wieder hoch an die Wasseroberfläche. Und ein bisschen ist unser Gespräch heute so. Ja. Empfindest du auch? Ja, ja. Ich meine, ja, wir haben viel zu besprechen und wenig Zeit und wir prügeln das so ein bisschen durch. Findest du zu schnell? Nein, überhaupt nicht. Aber es schreit nach einer Reihe, merke ich. Wir brauchen mehr Zeit. Du kommst nicht das letzte Mal, bin ich ganz sicher. Ich hoffe doch sehr. Am Ende der Sendung versuche ich immer so ein bisschen Werbung zu machen oder einen Ausblick zu geben auf das, was kommt. Aber bei dir, glaube ich, muss ich keine Werbung machen. Nein, nichts kommt. Nö, du bist ja gerade, doch, also du hast einen Golden Globe gewonnen. Hast du den mitgewonnen? Den habe ich ganz alleine gewonnen. Nein. Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Oscar-Nominierung gab es nicht. Nein. Wärst du hingeflogen? Wahrscheinlich nicht, nein. Wie ist denn Dian Kruger so? Alle wollen das wissen. For real. Ja. Nett? Die ist, ey, ganz ehrlich, die ist a person. Das ist einfach nur eine Kollegin. Ich habe sie einmal gesehen in der Show bei Stephen Colbert. Ja, so typisch Ami-Humor, ne? Also erzählt viel, wenn sie muss, wirkt aber jetzt nicht wie... Also ich bin gut mit dir ausgekommen. Sie ist eine faire Kollegin, aber wir sind jetzt auch nicht so nah beieinander gewesen. Gibt es Lieblingskollegen, die du hast? Ja. Wer denn zum Beispiel? Ähm, es wäre jetzt... Es ist gemein, weil es viele gibt, die ich wirklich von Herzen gern habe. Aber du zählst sicherlich auch dazu. Danke, danke. Ähm, aber einen, den wir beide sehr schätzen, ist Manuel Rubei. Ähm, Wahnsinn. Schauspieler, der Falko gespielt hat. Ganz genau. Und dann halt so... Manuel ist eine Granate wirklich. Ja, ist wirklich ein ganz toller Schauspieler. Spielt auch im Knast mit, den Grafen. Daniel Wiemann, den nicht so viele kennen, oder? Stimmt. Auch ein ganz toller Typ. Auch ein gemeinsamer Freund von uns beiden. Ja, und Daniel ist auch eine Granate als Schauspieler, als Mensch. Leider FC-Köln-Fan. Du auch, oder? Nein. Okay. Also was heißt nein? Ich bin nicht Fußballaffin. Ähm, nee, aber da gibt es einige. Faria, den ganz toller Typ. Du bist da, bist du da in so einer, kann man sagen, Klicke nicht, aber gibt es so eine, ähm, gemeinsame Schule, aus der ihr kommt? Also würdest du sagen, es gibt eine Gruppe von Leuten, die eine gleiche Idee haben? Ich glaube, es gibt so eine Gruppe von Leuten, die sich geil finden. Und dazu gehöre ich dann auch. Ähm, ähm, nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich meine, letzten Endes, es gibt halt so die Generation, ähm, ähm, ähm. So, ne, Daniel Brühl und, äh, jetzt fällt mir niemand sonst mehr ein. Äh, aber ich meine, das sind so alles Leute, mit denen ich da in dem Beruf groß geworden bin. Hast du schon mal mit Dieter Wedel gearbeitet? Nein. Und das ist auch, wirklich, ich muss auch, ich glaube, das wäre nicht gut gegangen. Ich glaube, bei Regisseuren werde ich, äh, ach, auch das, ne, dieses Interview zerstört mich beruflich. Äh, ich glaube, ich hätte ihm, ich hätte ihm auf die Fresse gehauen irgendwann. Ich werde bei sowas, drohe ich sehr schnell Gewalt an. Vorausgesetzt, dass es wahr ist. Ne, ich glaube, gar nicht, gar nicht, äh, jetzt, ich will gar nicht als der, als der Frauenverteidiger, äh, jetzt. Es geht einfach darum, äh, wie, wie, äh, die Geschichten, die ich gehört hab, wie er mit Menschen umgeht. Und ich finde... Aber ist das für uns beide neu? Wir arbeiten mit so vielen Leuten zusammen, davon sind die Hälfte mindestens Arschlöcher. Also wirklich so richtig Leute, auf Leute zu treffen, die mich echt dreckig behandelt haben, das, das kam nicht so häufig. Oh, ich hab's oft erlebt. Also ich hab oft erlebt, dass Leute schlechte Regisseure waren, dass ich, dass ich aneinander geraten bin mit denen und so, aber, aber dass ich wirklich das Gefühl hatte, wow, äh, noch ein Wort und du fängst dir eine, so, dass, das, das, das hatte ich ganz selten. Mein allererster Dreh, ähm, ich hatte schon vorher ein paar Drehtage gehabt, aber das war mein erster richtiger Dreh, war für Schwarz greift ein, ähm, Sat.1-Serie mit Klaus Wendemann in der Hauptrolle. Hast du jemals mit Klaus Wendemann gedreht? Nein, ich weiß auch gar nicht. Und ich kam als Jungspund ans Set, war damals, äh, glaub 22, 21, so wirklich noch nie gedreht und das war für mich, äh, das war für mich eine Reise in eine andere Welt. Man wurde abgeholt mit dem Auto, da standen Kostümbildner, Catering, alles, was man wollte, war da und als ich mich, ähm, meinem Wohnwagen näherte, hörte ich schon Geschrei und zwar lautes, cholerisches Gebrülle und wie ich die Tür des Wohnwagens aufmache, das war der Maskenwohnwagen, also, wie nennt man's, Trailer, ne, in der Fachsprache, sitzt Wendemann vor der Maske und schreit wie von der Tarantel gestochen. Alle Leute um ihn herum macht er zur Sau und der Grund war, ähm, sein Talisman, der Golfball fehlte. Mhm. Und er hat immer, wenn er gedreht hat, rechts in seiner Tasche einen Golfball gehabt und dieser Golfball war weg und er schrie, oh, ist mein Golfball! Weil er nur so gute Filme machen kann, ne? Und ich dachte, ich weiß nicht, was das war und ich dachte, Alter, meine Mutter hat früher immer gesagt, ähm, Theater und Filmwelt, das sind alles Verrückte, du musst immer gucken, dass du bei dir bleibst. Und in dem Moment hörte ich so die Worte meiner Mutter, ah, okay, das ist das, was sie meinte. Als wir dann gedreht haben, hat der alles, was ich gespielt habe, kommentiert und zwar leise. Oh Gott. Ist ja echt scheiße, der hat den hier eingeladen, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat er in der Drehpause das komplette Ensemble inklusive Statisten rausgeschickt in den Nachbarraum, weil er alleine am Set essen wollte. Und das war für alle normal. Also ich war der Einzige, glaube ich, der da saß und dachte, was ist das hier? Wo bin ich hier eigentlich? Und ich habe dann auch die Frechheit gehabt, ihm bei der nächsten Szene zu sagen, du, halt einfach die Schnauze, sonst kann ich nicht spielen. Und ich war dann der Einzige, den er auch respektiert hat. Komischerweise. Also ich habe mich nicht gewundert. Bei Wedel hätte ich es ehrlich gesagt, wir setzen jetzt mal voraus, dass das stimmt, dass das normal ist. Ja. Und auch diese Geschichten mit den Frauen. Niemand ist davon überrascht. Aus der Szene, oder? Nein, nein. Also wie gesagt, ich habe nie mit ihm gearbeitet, aber Geschichten, ich meine, es gab etwas über ganz viele Leute. Ja, ja. Manfred Krug, so was, was ich für Horrorgeschichten über den gehört habe. Oh Gott, ja. Die stimmen oder nicht, aber... Morgen steht es in der Bild-Zeitung. Was? Wenn wir jetzt hier Namen nennen. Ja, okay. Lebt er überhaupt noch? Nee, 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 aber auch posthum kann man sich seinen Ruf verderben. Ah, okay. Was machst du jetzt als nächstes? Ähm, nichts. Nichts? Ich habe nichts gerade vor, ja. Also ich arbeite an meinem eigenen Projekt. Ich würde gerne eine Regie führen. Das ist gerade, da bastle ich gerade. Besetzt du mich dann? Spiele ich da mit? Jetzt gerade, wo du es sagst? Ach komm, hau ab, Stricher. Ich besetze dich als Stricher. Oh, das würde ich sofort spielen. War das nicht auch, war das nicht so dein Anfang? Warst du nicht irgendwie... Ich habe mal einen Stricher gespielt, ja. In der Lindenstraße oder so. Nee, da war ich kein Stricher. Gut, da war ich... Da warst du ein Drogen-Dial. Türke 3. Türke 3. Damit habe ich auch... Wie oft warst du Türke 3, Alter? Entschuldigung, ich kann auch, ich glaube ganz am Anfang war ich irgendwann mal Türke 4. Ja, und wir heißen immer Mehmet oder Ahmed. Ach, was ich... Ach, scheiße, da hätten wir auch drüber reden sollen. Was ich auch großartig finde, sind so, wenn deutsch-deutsche Autoren Türkennamen erfinden. Oh Gott, im Himmel. Die heißen dann immer Dilara, die Frauen oder Jam. Das sind so Namen, mit denen man sich... Oder Achmat. Achmat, genau. Kein Türke heißt Achmat. Ja, aber auch dieses... Also um jeden Preis Üs und Es zu vermeiden, weil man muss es ja geschmackvoll anrichten, damit der Deutsche es verdauen kann, weißt du? Und Jam klingt natürlich sehr viel geiler als Umut. Damit die Deutschen auch wissen, dass das... Ich habe neulich gesagt, was ich noch viel krasser finde, ist, wenn in so Drehbüchern Russen spielen, einen Mega-Akzent haben, die sprechen grammatikalisch einwandfrei Deutsch. Ja, das Problem ist sowieso. Das gibt es auch natürlich bei so... Wenn sobald irgendwie Gastarbeiter im Bild sind. Ich bin überrascht, wem das alles passiert. Das passiert auch einem Fatih Akin, muss man sagen. Auch der schreibt sowas auf. Der ist nett? Ja, es ist ein Irrer, aber er ist ein spannender Mensch, auf jeden Fall. Ja, du bist auch ein spannender Mensch. Ja, ist das jetzt zu viel Kompliment? Überhaupt nicht, nein. Ich freue mich. Eine Sache, du bist ein sehr herzlicher Mensch. Ich weiß nicht, ob man das so mitbekommt, wenn man dich sieht. Ah. Oder ich weiß nicht, wie da dein Eindruck ist. Ich weiß nicht, was die Leute in mir sehen. Ich glaube, viele Leute haben so das Gefühl, du bist so ein Kettenhund irgendwie. Aber ich habe dich als sehr emotionalen, sehr sensiblen, sehr liebevollen Menschen kennengelernt. Das finde ich super, dass du für mich das Gleiche bist. Und jetzt klug schon mal gleich ein bisschen. Auf jeden Fall. Dennis, danke, dass du da warst. Vielen Dank wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns noch ganz oft sehen. Nicht vor dem Mikrofon, sondern dann auch ohne Mikrofon. Ich bin wirklich beeindruckt von dem, was du erzählt hast, immer noch. Du hast eine Art, das zu erzählen, die in mir auch Spuren hinterlässt. Auf eine schöne Art und Weise. Und ja, bleib mir wohlgesonnen und treu. Und ich bleibe dir treu und viel, viel Glück bei allem, was du machst. Danke. Adi grazo. Sayonara. Bis dann. Bis dann, Dennis Moschito bei mir in der Blauen Stunde heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Radio 1 Die Blaue Stunde Mit Serdar Somuncu